Hallo und herzlich willkommen zu Demolition Company, dem Abbruch-Simulator! Hier ist eGamingLP mit Max und... Ähm, Nego? Oh ja, und jetzt wollen wir einfach durch dieses unglaublich geiles Spiel zeigen. Boah, Bauschballung! Juhu! Also, schlagen wir einfach mal ein in Karriere. Spielt schon halt. Aber da hat man verschiedene Symbole. Ich schwöre die Chip. Ganz unaufwendig. Also... Spiel wird klar. Gar kein Ladebisch. Okay? Da-da! Oh, Start! Video! Video! Auto! Auto! Ich hab keine Maus. Unglaubliche Animation. Hat ihr das gesehen? Mega! So, okay. Hauptquartier. Wir haben... Wir haben... Oh Gott! Evergreen Terrace! Ja, haus! Gleich gehen! Oh scheiße! Kippt davon! Wo? Man kann sogar springen! Oder könnte 이용fielтиров werden? resting auf. Brudcho! Und das war die Menschen hieryan taugend. Hat deine natürlich wieder. Waren wir so die isteinen. Was sind wie trotzdem dieses Jahr vor. Blablabla. Gibt es das für sich mal so Jahr an keinen? brett ist er ja ich würde fast sagen ob er ist es eigentlich um die praktizierung war ein hammer stadt der mädchen stehen mit dem hammer und dann und dann stehen und haben acht Prozent Prozent das war erst so ein Hochhaus zum Abreißen und so ein Hammer man muss dabei sein wir spielen das jetzt zum ersten Mal drücken sie die Taste 1 in den Vorschlaghammer auf uns ich muss das um ihn zu schwingen Prozent 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 holger 1 dann haben sie den Stein was Prozent gut zwei Hits Okay. Eine Wand. Löcher. Es ist total witzig, dass der Schein zu eins mal genau rausgewandelt ist. Und zu zweit, dass man genau zweimal schwingen muss. Ich kann nicht meinen Namen reinschreiben. Ist klar, ich ziehe ganz klar auf den anderen. Das Ganze etwas schneller und wir werden schon mal bei Minecraft. Ne, komm, das ist total realistisch. So, guck mal ob das Ding kommt. Amt. Du hast das bisher eh noch. Ne! Ja komm, der macht doch was er will. Oh ne, ne! Oh, sogar mal der Stein auf den ich gezielt habe. Ach komm, das gibt's doch gar nicht. Wie schwer es inzwischen wie der Hammer funktionieren. Jetzt ist die Mauer gleich weg! Juhu! Schneller schwingen! Juhu! Hehehe. Okay. Drei. Was piepst dann oder so? Keine Ahnung. Wenn wer rumlauft. Piep piep! Egal. Wow. Beim zweiten Mal klappt das. Unrealistisch. Hehehe. 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 So, ich hab' ich dann mal so... Oh! Hehehe. Häh! Hehehe. Noch einen Schlag! Hehehe. Hehehe. Die sü... Die handeln Helm. Und egal wo irgendwas hinfällt, passiert nichts. Vollständig vor Verletzung. Hehehe. Tisch der Sprengladung. Hehehe. Helm an. Blegrad. Steine zerschlagen. Selektive Zerstörung. Manchmal müssen sie bestimmt werden. Grün bedeutet demolieren. Okay. Sicher. Mato gestahren. Gut. Es ist auch total... Es ist auch total wichtig, dass die Steine hier rot markiert liegen bleiben müssen. Weil sonst, äh, könnt eventuell hier die komplette Ebene einstürzen. So sieht's aus. Undedem. Ich bin mal gespannt, wie sich das da jetzt... Ah, wie das da jetzt weitergeht nach dem Tutorial. Ende. Wahrscheinlich gar nicht. Die beiden Balken rechts zeigen ihren Foto dann. Yes! Machen alles richtig gemacht. Nichts falsch. Ziemlich bei. Mission erfüllt. Immerhin. Party. So, jetzt wieder nach Hause. Was ich jetzt nicht machen? Warte. 900 MP! Oh! Edel mit mehr Erfahrung. Oh, Sprengsätze. Sprengsätze. So. Seid ihr mal mehr auf dem Platz hier? Egal. Ich kenn einfach hin und dann tauschen wir noch rein. Jupp. Infekt. Danke. Ein normales Tutorial gespielt. Ja, ich geh schon mal zu dem anderen da vorne. Gut, dass man springen kann. Und hier fährt kein Olo rum. Nur am Anfang das eine. Und hier laufen auch keine Leute. Ja. Und jetzt muss ich das Tutorials wirklich noch mal machen. Ne. Muss doch noch irgendwas anderes gehen. Da hatte ich dann irgendwas für ein Trainings-Arena. Ja. Wuh. Mini-Bagger. Dann würd ich sagen... Ich will den Mini-Bagger machen. Willst du den Mini-Bagger machen? Mini-Bagger. Ähm. Start. Derzeit können wir ja noch mal tauschen. So. So. Ganz kurz während dem Lackertschirm. Lalalalalala. Oh, guck mal. Startbutton. So. Äh. Ab geht es. Geht es mal. Und fängt mit E ein. Wo ist sprinten? Ah, da. Ja, ja. E wie einsteigen. E wie benutzen. Huhu. Mit. Haha. Hahaha. Hau. Äh. Äh. Und ich kann doch schnell genau EIN Block rausschlagen. Hahaha. Genau so. Warte, die Linke gleich schon mal ein. Die Linke? Egal. Ausprobieren. So, fahren. Wuhui. So. Eins. Ähm. Machen wir den Kommerz aus der Name? Ja. Der ist mit uns an. Hahaha. Okay. So. Na ja. Das ist toll. Gut. So, warte vor. Oh. Ohohohohohoho. Hahaha. Hahaha. Ich schweig. Okay. Du hast keine Ahnung was. Ich habe keine Ahnung was ich mache. Warte. So. Und jetzt A. Hahaha. 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 Yay. So. Ähm. Gut. Ich kann den da vielleicht schnell drehen. Kann der sich nicht. Egal. Kann ich den ganz vorne achten? Egal. Nein. Aber. Da oben ist noch eine Leiste. Ja. Guck mal. Ich kann das Schild so hochnehmen. Oh. Oh. Randzoomen. Randzoomen. Okay. Weiter. So ist mein Mensch. Guck ein Mensch. Ja hu. Ähm. C-Kamera nicht. Wuhu! Super, das muss man noch rein. Ja danke, das haben wir schon gelesen. So. Was haben wir noch? Modiering. So, ähm. Dann haben wir erstmal proben das raus. Ne, ich will das Schild für mich. Ja genau. Kann ich den noch irgendwie hoch bewegen? Ne, passt. Boah, nein. Verschiedene Richtungen. Okay, jetzt habe ich das doch noch stark. Das ist noch aus, was du wechseln willst noch. Du bist doch alles fertig zu. Da kann man gehen. Gut. Okay, dann, äh. So, jetzt. Ich müsste mal hier mit dem Kopf holen. Ich will noch. Wenn man die zur Seite bewegen. So. Ich muss mich auf dem Kopf. Es muss noch mal hier mit dem Kopf holen. Ja. Das ist schon passiert jetzt. Ich muss noch mal hier, mit dem Kopf her. Und das ist schon passiert. Das ist schon passiert. Hier ist ja. Jetzt kommt der Pusikusverlager Geh die Mord ab, aber nicht... So, musikatória, pflicht. Guck mal, oder...? Maschkeski Das ist interessant von der Steuerung, ja. Oh, guck mal, ich kann sogar die ganze Familie nehmen, ne? Das ist unglaublich, wie ein Mitweg gegen die Bühne. Äh... Oh, ich stehe da. Äh... Äh... So... Jo, gut, gut, gut. Ach, da ist waschen Minibagger. Okay. Ich guck wo gerade noch am Abend. Ja, dann waschen alle. Okay, dann tauschen wir gerade noch mal. So, und wir haben die erste Stufe erreicht. Juhu. Juhu. Okay, ähm... So, und ich würd sagen, das war's fürs erste Mal hier von eGamingLP. Und wir schauen einfach demnächst nochmal in dieses Spiel hier hinein. Juhu. Tschio Leute.